Tja ihr Lieben, willkommen zurück, es gibt eine kleine Planänderung, wir haben Trophäen noch zu holen, wie ihr hier sehen könnt, und einen davon ist, finde alle Quakerbeers, wie ihr sehen könnt, zwei von neun haben wir bereits, aber es fehlen noch sieben, eine ist noch, haben wir auf jeden Fall, Fusoki Spa, auf jeden Fall, das weiß ich, eine weitere noch irgendwo, naja, wir wollen uns die Folgen verbringen, auf jeden Fall diese Beeren zu holen, und naja, vielleicht schaffen wir halt auch die 20 Kopftreffer und 10 Schlüssel zurück zu holen, 5 Tricksprünge auf einer Grind-Scheine, Grind-Scheine, Schiene verstehe ich nicht so ganz, das dagegen verstehe ich, das können wir auch so bekommen, das ist ein Jugendplatz, und die beiden, keine Ahnung, gucken wir uns jetzt nicht an, ja, auf jeden Fall, hier ist einer, ja, und da nehmen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen mit, Punkt, können wir uns jetzt auch so ein bisschen rausschneiden, aber irgendwie fühle ich das gerade nicht, weil wir es natürlich auch potenziell ein paar Kämpfe machen, deshalb, ja, nehmen wir uns einfach mal mit, oder ich suche nach den, ja, 28, 29, 20 Kristallen auf, ähm, diesen Beinen, bei diesen Beinen, ich gucke mal kurz, halte Taste, hier auf, ähm, Blizzar und Cordelion sind die beiden Orte, wo es halt, ähm, ja, wo es halt, diese Kristalle halt gibt, so, Blizzar Prime und Cordelion, so, das leben wir dann auf jeden Fall, auch mit, äh, ich muss da hoch, wir gehen dann wieder die Liste ab, und, äh, ich hoffe, ich merke dann auch, wenn ich sie einen entsprechenden, ja, alles schon habe, ja, okay, hier steht, dass der Bär in Rivets Versteck ist, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den auch haben, der steht auch neben dem Fernseher, also sollten wir den eigentlich haben, aber wie gesagt, wir müssen das halt, überprüfen, ansonsten, ähm, ja, würde ich gerne nicht mit der Rieder, sondern hier mit dem, ähm, Kopfschüsse machen, sofern es denn hier, ähm, möglich ist, dass das Gritzversteck, ne, ne, wo ist ihr Versteck, man weiß es nicht, ne, von mir hinten hier drüben hab ich einfach noch gar nichts aufgedeckt, wo ist das Versteck, ja, ja, genau, das war hier lang, genau, da gucken wir noch gute Gegner finden, an denen wir Kopfschüsse machen können, dann konnten halt, ähm, ansonsten halt, woher wollte ich die noch aus, nein, das sieht nicht, die Arena, die Arena da auch, woher wollte ich die noch aus, können wir noch gute Gelegenheiten nutzen, die ganzen Waffen zu leveln, ne, dann haben wir noch eine gute Vorbereitung für das Ende, und auch, das ist nur dein Platz, ach komm, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir diesen Bären auch haben, ich mag so Sammlerobjekte halt echt nicht, wo man nicht mal weiß, wo es was gibt, was steht da, ähm, der Couch neben dem Fernseher, ja, komm hier, oh, den haben wir schon, den haben wir schon, da ist der Fernseher, genau, mach nochmal an, gut, kann ich mich töten, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich will diese ganzen Trophäen auf jeden Fall halt, noch holen, so Feuer, und eigentlich ist es ja auch so mit euch, können wir nehmen, Trudy, hallo, Servet, aber sonst nehme ich gerne noch ein paar Gegner, an denen ich Kopfschüsse ausüben kann, das habe ich halt auch einfach gar nicht so gemacht, weil ja warum okay euch greife ich mal nicht an so gesagt ich habe gerade auch noch mal überprüft auf aufnahme auf alle anderen orte nochmal abklappern am südlichen rand des planeten befindet sich eine schwimmende insel mit einem berg drauf wenn man dieser klimt folgt man den weg mit den hoferstiefeln bis zum ersten speicherpunkt was erst nun muss man vom eigentlichen vorgelegenen fahrt abweichen dieser links wenden und bis zum südlichsten punkt der gesamten bereich wo der nächste quirky bär ist also hier am anfang südlichster punkt ja südlichster punkt ne ja gut das kriegen wir hin aber kann man kann doch man kann doch wegpunkte setzen jetzt bringt man doch doch nicht und jetzt an den süden und man das wirkliche punkt dass er recht eindeutig beschrieben soll gucken wir mal auf einer schwäbenden insel mitten mit mit einem berg drauf und da wirklich der südlichste punkt ja gut hier so ja diese insel und dann der südlichste punkt ok ich habe das ist aber viel zu spät erspawnt hallo schön also schön dass dann trotzdem alle punkte quasi erwähnt haben wir den einfach habe ich das einfach nur gesagt so kann ich mich töten oder nicht dann sehr schön sehr schön ziffer gegner so vielleicht habe ich schon alle gegner getötet aber es hat kein gegner ja blacki ne und du? das hat man nicht auch vergessen ja ruhig werde ich ein viel ruhiger wirst du den schönen blacki? guck mal blacki du bist trotzdem im bild jetzt so blacki ja wo lang genau blacki lebt jetzt hin, voll fein wie komme ich zurück? kann mir das niemand erklären? hui ja genau ja ok einfach durchziehen es geht wieder v blizzard prime ich hoffe bei rivet ist alles in ordnung ja gut 29 kristalle die man aktivieren muss auf beiden planeten nach dem dritten kristall ist der kölkribe auf einem schrottstapel man trifft auch zwei bauarbeiter 18 10 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 das heißt hier bleiben jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger jetzt haben wir dann die Gelegenheit auch noch mal gut Kopfschuss zu verteilen und so wie es aussieht müssen ja vielleicht mal alle Waffen leveln also das müsste ich dann wahrscheinlich auch nicht mal erfahren so so seien es zumindest mit den Trophäen aus ich werde das jetzt noch mal überprüfen aber prinzipiell ist es in New Game Plus da gibt es einen neuen Trophäe alle Waffen haben und darum ist es in New Game Plus für ich kann mir wirklich da gut drauf dass wir hier irgendein Kristall einfach nicht genommen haben weil warum auch ich habe ihn nicht gesehen aber hier war er gut aber naja wie gesagt Leute wir müssen jetzt hier noch so ein bisschen bleiben komm zeig deinen Kopf zeig mir deinen Kopf Lochstanzer Ok Hätten wir das geklärt, aber wir müssen die Waffe farmen. Jetzt wird noch mit dem Leererreaktor geschossenes Rückschleudern von Gegnern. Ich versuche das dann halt auch nochmal zu machen. Ansonsten, ja, alle alle Crystall überprüfen, wenn ich glaube man wirklich, dass es wahrscheinlich ein Crystall auf diesem Planeten ist, den ich einfach nicht genommen habe. Also wirklich noch eine Kategorie, Dometrophäen. Naja. Ja, ich bin auch staunt, dass wir beide jetzt die Schuhe haben. Ja, die drei da. Den hier wird auch so ein bisschen zart tatsächlich und hier oben halt so. Komm ich da oben noch hin? Guck mal. Ich hoffe. Kann man uns gucken, gibt es verpassbare Trophäen? Es gibt keine verpassbaren Trophäen, das ist gut. Ah, es gibt übrigens auch 30 Crystall. Man muss aber nur 29 finden. Dein Patch wurde verhindert, dass man nachträgt und einen nicht so relevanten Crystall gelangt, bei einem Aufzug, der nicht mehr aktiv ist und eine unsichtbare Wand existiert. Diesen dann nicht mehr erreicht. Deshalb kann man einerseits mit einem anderen Crystall ausgleichen, da man ja nur 90... ... ... Okay, also man musste mal 30 treffen, aber gab da einen Patch, der verhindert, dass man einen erreichen kann, aber dafür muss man auch nur noch ein wenig auf die Trophäe. Das ist interessant. Ich würde gerne wieder meine Kuscheltier-Trophäe hier haben. Dankeschön. Aber irgendwie kann man... Ah, ja. Warum geht der jetzt hoch? Also, Feins erreichen wir den eigentlich nicht mehr. Jetzt haben wir den ja mitgenommen, so. Ja, passt soweit. Dann gehen wir jetzt mal hier lang zu der Kröschel. Da sind drei Kröschel. Hi. Hi. Ja. Nee, die sind doof. Die sind doof dafür. Back mit dir. Ah ja, stimmt. Weil, ja, dort die Mistbanks auch alle gemacht haben. Die meisten haben das doch irrelevant, stand da ja auch in der Trophäe oder so. Aber wie gesagt, einfach alle abgehen. Ich weiß ja auch nicht mehr... Ich hab' ich glaube mal... Ich erinnere mich, dass ich mal an einer Stelle irgendwie so einen Sprung gemacht habe und dadurch einen Kristall nicht benutzt habe, ne? Und was war da mal? Ja doch, genau. Ich weiß, ob ich den dann noch noch genutzt habe, aber ich erinnere mich an eine Stelle, wo ich halt einen Kristall ausgelassen habe. Bapp, 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 bapp. Ja, sehr gut. Kann ich mich töten? Mal an der dann irgendwie wieder an der guten Stelle habe ich es nicht bekommen. Wahrscheinlich diesmal nicht. Oh, als hätte ich mich an anderen Situationen hätte ich mich darüber sehr aufgeregt, aber jetzt danke. Okay, Tauro. Relativ zu Beginn trifft man mit Zirkon. In ihrer Nähe befindet sich in Markstadt mit vielen TV-Geräten und dort ist Deckwehrgewehr. Beim Markstadt mit vielen TV-Geräten. Woran der Flicker wohl arbeitet? Ja, das ist jetzt schon Torren. Ah, ja, 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 fast schon. Vorher kann ich irgendwas noch mit ballern. Ja, ihr nicht, Flo. Oh, hi. Na, noch jemand? Ich höre doch noch was. Also, wo soll ich denn die Tricksprünge noch machen, ne? Ich will sie mir jetzt auch mal kurz angucken, was ich für die Tricksprünge auf sich tatsächlich machen muss. Hier, Leute. Meine Ideen habe ich, ne? Ja, da muss ich noch mal nach Kursen das ist der Markstadt mit vielen TV-Geräten. Ja, den ich erinnere mich, also den habe ich auch gesagt, okay, dann muss ich noch mal auf den ersten Planeten zurück. Ja, oder bist du das? Ja, so, ne. Ich will natürlich mal trotzdem noch mal kurz diese andere Trophäe mal anschauen. Das war Tricksprünge auf Gleisen. Das ist eine Bronze-Trophäe. Ja, das ist eine Bronze-Trophäe. Ja, hätten wir noch mal 5 Sprechen. Okay, das ist einfach. Das ist einfach. Ich will auch mal gucken. Naja, das ist jetzt auf den Trophäen und ja, den haben wir mitgenommen, da musst du vielleicht noch mal auf den ersten Planeten, das ist okay. Was für ein Tricksprünge ist gar nicht so schwer. Wahrscheinlich habe ich sogar auch schon P.O. Ich weiß nicht. Wo waren denn hier die Rails? Die waren da hinten, ne? Okay. Also einfach nur so, ja, machen wir ein bisschen Akrobatik, so. Wäre auch schon so diversere Profäen hatten, die das beinhaltet haben. Und war nicht irgendwo Welt noch? Oh oh. Mit Grinden kommen wir nicht so. Einen? Ey, ich war noch irgendwo Welt. Ja, geht mal gut hier lang. Jetzt wartet er hier, ne? Eie. Ja, hier war das ja gut dann. Ich will mal sterben. Ich will mal sterben mit mir lieber so. Danke. Wo bin ich? Da lang. Nein, hier, wie geht's? Bööööö. Böööö. Eins hat schon blutig ist schon mehr die Folge. Ja, ne? manche kennt ihr ja die waffen auf der schnitzung weil die profil hat also verbinden zu stürzen und nicht so ganz und zweifel muss dann auch noch mal nachgucken wie groß zu verstehen ist alles schön dass wir also diesen patch gemacht haben auch daran gedacht haben dass ich so viel zu korrigieren damit die halt nicht verpasst war es ein verpassbare trofäden setzt ja nicht so schlimm wie online trofäden aber trotzdem ätzend aber manchmal aber ich muss noch ein bisschen korrigieren manchmal sind angepasst gerade alle personen auf fünf werden das nicht verpasst oder ein teilweise so lässt sich im osten des marktplatz anstatt einer lila farben planen und einen weißen roboter finden im osten des marktplatzes weißer roboter der erste quacky bär sitzt auf dem treden jeder farben planer ist er rot doch kein weißer roboter auf der seite wo hier oben vielleicht 677 vor allem ich hatte ja den hier am anfang der folge im visier aber das ist kein weißer roboter ne das ist kein weißer roboter du bist ein weißer roboter schnauze ich mach mal kurz das video anders so gibt es auch ein video zu ja 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 der ist hier der kann mir keinen gefunden der video wird versteckt der typische typ der lp-profilter verlinkt wird auf dem sofa mal gucken gehen so zeigt mir mal da wir gerade waren war die nähe dieser prime nähe was ist dann mit taurung 6 bei taurung 4 das muss jetzt noch mal nach ihr hinhalt den habe ich auf jeden fall da muss ich noch mal da muss ich noch mal zurück wird uns versteckt also wenn ihr aufgepasst habt ihn auf jeden fall gesehen also wir hatten die schuhe am anfang nicht so keine ahnung also es hat ja dann irgendwann einfach übernommen oder so was weiß ich als brudi hier dann haben wir jetzt noch drei vor uns ich habe kurz gucken das steht hier ja freundlicherweise noch drei genau die zehn gegner lehrer reaktor das ist ja auch hier die level fünf war für das haben wir auf jeden fall ja punkt da bin ich noch nicht gemacht juno kodelion ok wir müssen einmal den blick am kristall benutzen und dann dreimal rutschen das ist die anleitung heute abschüttel die dann noch mal zurückkommen ohne wir nehmen natürlich auch den legalen weg lohne ja 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 genau ich weiß was hier am anfang ist kann doch hier eigentlich runtergehen so ist okay wo waren die der erste wahrscheinlich oben irgendwo und dann dreimal rutschen wir haben schon an dem schneeofen aber also ja schon ja kann ich noch mal hoch ich kann mich noch mal hoch und dann tötet mich bitte ein lag mal hierfür nicht weiß wurde das gut so das was ich dir machen will aber sonst wenn du willst nicht schlecht für mich zurück mehr plattform es wird noch mal ein bisschen länger laufen wir müssen zum ende der piratenprüfungen gehen nachdem man im spielverlauf die piratenprüfung absolviert und eine rüstungsteuer erhalten hat erreicht man einen raum mit diversen piratisch typischen gegenstätten links neben einem treten auf der rechten seite hinter einem roboter befindet sich eine schwarze küssen in dem der kölgewehr steht also nach der nach den prüfungen so dann machen wir das mal den weg kenne ich noch hoffe ich ja doch irgendwie kann ich noch da fühlst du auf mich nicht so oder schießt nicht auf mich dann fühle ich halt auf dich gedrückt halten einfach nur das muss aber mehrere schübe geben und einfach nur gedrückt halten und wir haben ja diese ganze von rivet übernommen ja verstehe ich nur das unterschiedliche skins sind darüber haben wir ja schon gesprochen da geht das nachdem man die prüfung geschafft hatten hatten und deshalb ja und hier ist irgendwo der da ist und da gibt es ja auch noch mal ein speicherraum für uns ich nehme auch ich nehme auch sehr gut wie wir noch mal ins gefängnis ich muss mal gucken was ist mit dem trophäe hier ist dann noch mal eine rückgabe recht weil sie fährt nochmals im gefängnis die gute kann der schied und endlich munition die arena plexa herausforderung da machen wir ihn dann alles gut an dem man klänk bebreitert wo komme ich hier haben zum schrottblatt der nun offenen stelle in irgendeiner stelle da wo wir klänk befreit haben kann ich das jetzt hier nutzen den 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 na gut nein ich hasse wieder einwegportale ich hasse es hier kann ich bei dir was schleudern nicht so ne? ok dann halt nicht Raketen oder so die halt geballert werden sehr schön gut gehen wir nochmals zur arena des olympes hier aber auch noch mal teleportieren das ist ein bisschen seltsam aber gut äh hier hält man wenn man blablabla durch zurückgeworfene schüsse mit der war ok dann muss ich zurück nun hält man es war gelungen zu erzeugen der feindlichen projektile absorbiert bei erfolgreichen einsatz pärbt sich der schild lila und man sieht rechts leuchtende lilafarbe und die die projektile sobald das schild lila ist kann man erst frei drücken um die gesammelten projektile zurückzufeuern ok hier dort wo lang hallo in der zweiten welt haunder piraten gegner auf die recht langsame projektile verschießen wo würden sie sich gut einsammeln alle gegner aller wellen besiegt und damit auch die zweite welt beliebig auch wiederholen hier dann machen wir das doch mal und Oh ja ok Ah! das ist empfehlenswert bei den waffen lehrung okay mein problem ist gerade auch dass meine waffen zu stark das mit raritarium aufgerüstet wo deshalb ja müssen wir da auch auf jeden fall auf abstand gehen mehr na gut machen das einfach noch mal so ein bisschen kommen die waffen halt auch noch mal gut leveln so lange ich habe mir das doof zu machen Na? Oh, heil. Hm. Na, wo? Uh, hallo. Okay. Die Räder, die Räder hat auch B.O.P.A. gewonnen als damals noch. Haben wir jetzt Tropäenforged? Wollte ich mal kurz mal nachgucken. Nö. Ja okay und okay. Wir machen das jetzt nicht so lange. Bis wir Tropäe haben. Leveln dann währenddessen auch noch die anderen Waffen. Aber wie gesagt, was anderes passiert heute nicht. Deshalb auch wieder eine lange Folge. Oh ja. Oh. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. ja bläck hier Ähm... Ich würde mal fragen... doch stirbt doch ne blacki, sie wird sterben die olle blacki es ist viel zu warm zum schmusen ich will so warm zum schmusen ja, ich will so warm zum schmusen ja, mein scherps aber wie genau heißt das hier? erledigen halt auch wirklich blacki weg da kommt der matrosen ich will so nicht verstecken ah 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 okay, noch sowas muss ich machen halt ah, ey ah der sheet unendlich munizierung findet die freischaltung nicht was so die ansage habe ich sheet? wahrscheinlich äh ne, noch habe ich es ja ich habe ja die bolt gesammelt der sheet unendlich munizierung verhindert nicht die freischaltung die latrophäe aber noch kein bock auf dem sheet tatsächlich den schnagelisch ah der 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 Was ist das? Ja, die Waffe ist gelevelt, das macht halt ein bisschen schwieriger, aber ich kann meinen jetzt wissen so, ne? Oh! 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 What's the name do? wanted them to die ich denke mal ob ich die ganze waffen noch weiter mit ritanium füllen ist wahrscheinlich auch so ein Plastik ne mal gucken wie ich das mit dem Jugendplatz mache vielleicht mache ich da auf dem Scream bin ich jetzt am überlegen ich habe keinen leerer Reaktor ha ha muss ich ja unten spürst du ab und bocht ich so nur ja gut dann 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 nicht hm hm Ah, hoffentlich kommt die jetzt bald. Okay. So ein Pro-Kugel, die reinkommen, kriegen wir halt so ein bisschen... Okay, jetzt war auf jeden Fall nur jetzt die Schüsse eliminiert. Mal bitte weggehen von mir. Ja, das ist doch schon mal... War auf jeden Fall effektiv so. Hopp. 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 er war mit nur noch vor ja gut ja 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 ich muss ja oh Weg mit dir! Wie lange kannst du das durchhalten? Länger halt du, ne? Die Waffen werden gut gelevelt. Mein Handy ist auf jeden Fall vorgenommen. Länger halt. nur sehen wo die rauskommen und mit einem entsprechend positionieren vielleicht schön aufladen auffüllen bahnballer Geh, schieß auf die Lackrappe! Tafel hat auch nicht was schlecht, doch Das war ja, das war schlecht Oh Mann ey es hat eine unnötige trophäe er hat man ok feature hat so eine fähigkeit der waffen boah ist das anstrengend aber ich komme voran und das ist ja eine gute sache wenn du wirst na wer hat bock du hast bock was fahrer 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 nah gut bereit ja wirklich luftfaller wie ich hatte okay dafür gibt alle waffen zu leveln laufe 5 aber naja also da kann ich das kippen um man am dauer wenn der wenige prozent da geben würde weiter geht trifft doch mal ich habe dass ich ihn nicht einmal treffen kann und der eine wurde aber ohne rückgeschossene munition eliminiert beide so ein bisschen getroffen von mir auch danke schön danke spiel ok mal hier noch ein bisschen fertig noch papa ja 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 hier abgeschlossen ja 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 Sieg, so gehört sich das. Hätt ich gedacht, dass ich da mal ne Folge aufnehmen, wie es über ne Stunde geht, aber naja, ist doch nicht so, ne? Haben wir die Trophäen alle geholt. Dann werden wir in der nächsten Folge, ich denke mal auch in der nächsten Folge, wie wir durchspielen. Mal gucken, wie lange die nächste Folge geht, außer wir teilen das wieder in Zweihelpen. Wahrscheinlich nicht, aber gut, ne? Gerne. Ich will auch mal gucken. Der ist noch nicht so, der ist auf Level 3, der ist auf Level 4. Die beiden brauchen noch, und hier haben wir auch alles auf Level 5, okay. Aber wir müssen jetzt so kommen, brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht reden, so. Heide, nicht mehr aufrüsten. Ja, ich schaue jetzt noch mal kurz in die geheimen Trophäen rein, insbesondere in die geheimen Trophäen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, schaltet jetzt am besten ab, aber ich will jetzt mal kurz mit euch gemeinsam reinschauen. So, das muss aber gedrückt halten. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. 80% haben wir schon mal. Platin, klar. Dann soll es noch drei weitere Trophäen. Das müsste durchspielen sein. Wieder drei Songs auf Jokis Suchbox. Ähm, einen Augenblick. Das machen wir gleich. Besiege Doktor Nefarius und Imperator Nefarius, das ist durchspielen und alle Waffen kaufen, das ist Neugend Plus. Und halt die Platin-Trophäer. Spiele drei Songs auf der Jukebox spielen, wo ist die denn? Hey Phantom, danke fürs Rausholen aufs Sorge, warte mal kurz. Okay, danke schön. Gut, dann danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wirklich das Finale gibt. Bis dann und ciao.